hallo und herzlich willkommen zu einem neuen testbericht von mir beziehungsweise in diesem video werde ich mir eine überwachungskamera software genau anschauen und es handelt sich dabei um eine software von insta da habe ich ja vor kurzem bereits einige kameras getestet von dieser marke und es gibt auch eine software von der firma und zwar heißt die insta vision 2.0 die oberfläche seht ihr hier und was auch noch wichtig zu wissen ist ich lasse diese software gerade in einer virtuellen maschine laufen besser gesagt in oracle virtual box und das ist deswegen wichtig weil zum beispiel wenn ihr linux benutzer seid und dann könnt ihr in so einer software eben in der virtuellen maschine eben die software ja auch laufen lassen das ist für linux nutzer jetzt wichtig bei windows nutzern ist es nicht so wichtig da läuft das quasi nativ auf windows ich erwähne das deswegen weil es software gibt die nicht in einer virtuellen maschine läuft bzw würde dann das video bild fehlen das hatte ich jetzt schon ein paar mal aber das ist hier eben nicht so und diese software gefällt mir persönlich auch sehr gut kann ich vorweg sagen und ich schaue mir die jetzt mal genau an ihr seht jetzt ich habe schon zwei kameras hinzugefügt und zwar links habe ich hier die insta 80 15 hd hinzugefügt und man fügt kameras hier hinzu indem man auf kamera liste klickt und dann kann man hier unten das plus zeichen anlegen und dann kann man hier auswählen usb kamera ip kamera remote insta vision oder karte hinzufügen karte zeige ich euch gleich noch in meinem fall ist es eben eine ip kamera das habe ich jetzt zum beispiel hier und was man dann machen kann ist man kann das lokale netzwerk hier durch suchen also insta hd fhd zum beispiel wenn ich jetzt darauf suchen tippe dann findet er die insta kamera im netzwerk da ist jetzt die 80 15 die habe ich aber schon hinzugefügt die würde ich jetzt hier auswählen wenn ich die hinzufügen möchte und würde hier natürlich den administrator benutzernamen eintragen mein passwort dann auf ok klicken dann wäre die hinzugefügt das habe ich hier bereits aber gemacht schon was ihr auch machen könnt ist das ist eine besonderheit das geht nämlich nicht immer mit jeder software ihr könnt bei dieser software auch hingehen hier auswählen welche modelle ihr von insta habt oder es gibt einen on with mode ein rts oder ein rtsp mode im rtsp mode kann man zum beispiel kameras anderer hersteller die ein rtsp stream anbieten auch hinzufügen auch das habe ich hier gemacht das seht ihr hier rechts das ist eine kamera die nicht von insta ist die heißt momentan momentan ch02 und das ist deswegen wichtig weil wenn ihr schon kameras besitzt könnt ihr eben die alle dort hinzufügen solange sie eben über ein rtsp stream verfügen bei anderen herstellern ist es manchmal so dass die mitgelieferte software zum beispiel nur die kameras erkennt von genau diesem hersteller das ist natürlich nicht so praktisch wenn man eben schon bestehende kameras hat hier hat man dieses problem nicht dass es auf jeden fall top beziehungsweise sehr nützlich die kameras landen hier rechts in einer liste da gibt es kamera da seht ihr insta hd die habe ich schon benannt und wenn ich rechtsklick auf so eine kamera mache kann ich deaktivieren löschen duplizieren einstellen oder das web ui öffnen das web ui ist bei der insta kamera oder bei der kamera jetzt eben auch da verlinkt er quasi da öffnet er eigentlich die ip im browser wenn ich jetzt auf einstellungen geben dann sieht man hier was ich da ausgewählt habe und ich könnte das jetzt hier editieren das gleiche geht natürlich auch für die insta kamera da kann ich hier einstellungen auswählen das seht ihr hier und es ist es so ich wenn ich hier einen rechtsklick drauf mache dann seht ihr hier noch ein audio video das gibt es jetzt hier nicht weil das ist eine insta fremde kamera bei den insta kameras kann ich hier aber auf audio video zugreifen das heißt ich kann den kanal auswählen die drei verschiedenen auflösungen die es da eben gibt und ich kann hier dann einstellen wie viel bilder pro sekunde also dieses fps frames per second ich kann die bitrate einstellen ich kann das video encoding verändern die bildqualität den keyframe intervall und den audio eingang und den audio ausgang also die lautstärke das schließe ich jetzt mal wieder jetzt kommen wir zur karte das hatte ich ja gerade gerade erwähnt und zwar ist es so wenn man hier plus drückt kann man hier auch karte hinzufügen auswählen und dann kann man hier eine ein bild auswählen das heißt zum beispiel ein bauplan das habe ich jetzt mal gemacht so ein eine grobe zeichnung da mache ich mal doppelklick drauf das soll jetzt einen bauplan von oben darstellen und da kann ich jetzt kameras nehmen hier aus der liste und kann die hier rein ziehen und positionieren das heißt man kann damit quasi planen wo habe ich die kameras montiert wenn man jetzt eine größere einen größeren bereich hat und kann dann hingehen und hier doppelklicken dann öffnet das bild das heißt wenn ich jetzt wüsste hier ist der eingang könnte ich direkt auf die kamera zugreifen wüsste auch dies dem eingangsbereich montiert nur so als beispiel jetzt das ist auf jeden fall eine praktische funktion das ist so das erste mal dass ich das in einer software so direkt integriert sehe ich öffne jetzt mal wieder die normale übersicht hier und als nächstes kommen wir jetzt hier oben zum menü also ihr habt hier ein schloss man kann das quasi hier das programm sperren dann kann ich hier das menü aufrufen kamera übersicht da habe ich noch mal die ganzen sag ich jetzt mal einstellungen die ich euch gleich noch zeigen werde dies da rechts unten im menü gibt pan tilt links rechts runter auto web server habe ich hier aufnahme layout werkzeuge und es ist es so diese ganzen einstellungen die gibt es auch hier unten also hier unten das zeige ich euch darüber gleich natürlich kann ich das programm auch minimieren ich kann vollbild machen ich kann das programm auch schließen jetzt werde ich euch gleich das menü zeigen aber vorher möchte ich noch mal auf die eigens eingehen also wenn ich hier ein in dieses bild schaue habe ich hier rechts oben kleiner eigens das seht ihr hier die sind ein bisschen klein aber da kann ich eben alarm ein und ausschalten die ihr leds an und ausschalten vollbild dann mikrofon ein aus audio ein aus einen schnappschuss kann ich erstellen ich kann eine manuelle aufnahme starten oder das ganze schließen das funktioniert hier in teilen nur für die insta kamera also das heißt hier rechts bei dieser insta fremden kamera kann ich jetzt natürlich auch einen schnappschuss erstellen wenn ich jetzt hier drauf drücke zum beispiel oder ich kann auf die kamera drücken dann nimmt er jetzt quasi das video bild direkt auf das geht problemlos aber natürlich alarm ein und aus das geht jetzt nur bei insta kameras das ist eine also quasi eine komplexere funktion dass wenn das unterstützt dann könnte es auch funktionieren aber wie gesagt damit würde ich jetzt eher nicht rechnen dass da alles kompatibel ist weil da muss das protokoll auch richtig implementiert sein und so weiter wichtig ist hier aber auf jeden fall dass die aufnahme geht die aufnahmen werde ich euch gleich aber auch noch zeigen wo man die abrufen kann jetzt kommen wir aber mal zum menü da habe ich hier unten layout das tippe ich jetzt mal an man kann hier verschiedene layouts wählen dann ändert sich die darstellung zum beispiel kanal 1 in vollbild dann beide kameras nebeneinander dreier ansicht oder wenn ihr noch mehr kameras hat vierer ansicht die ansicht also ihr seht ja oder noch mehr kameras jetzt haben wir vier mal vier also 16 kameras also da kann man ganz einfach die layouts hier festlegen wie das ganze aussieht als nächstes kamera ptz dass die motorsteuerung die insta 8015 hat eine motorsteuerung das heißt hier kann ich die motorsteuerung benutzen um diese kamera eben zu steuern das heißt ich klicke einfach mal rein und liegt dann nach oben dann geht die kamera nach oben das geht hier rechts natürlich nicht das ist keine ptz kamera und ich würde auch erst mal nur damit rechnen also wenn euch diese motorsteuerung wichtig ist dann würde ich euch empfehlen insta kameras zu kaufen weil es gibt zwar rein theoretisch über den onvis standard die möglichkeit dass das alles funktioniert aber wie gesagt ich habe schon oft erlebt dass der onvis standard dann irgendwo nicht komplett bei der kamera zum spiel nicht korrekt implementiert war oder dann hat das nicht funktioniert also wie gesagt wenn ihr da jetzt werde ich wer wert auf die steuerung motorsteuerung und so weiter legt kauft euch direkt insta kameras dann funktioniert das auch mit der software alles perfekt und ja wie gesagt okay als nächstes haben wir hier positionssprünge also positionen kann man speichern das ging ja auch schon über die web oberfläche von der 8015 da kann ich zum beispiel auf 1 tippen dann geht an position 1 wenn ich auf 2 tippe geht der an position 2 und das gehe ich mal wieder zurück auf position 1 da kann ich eben position anwählen oder ich klicke speichere position und klicke dann die zahl anderen speicherte eben die aktuelle position man kann hier dann zyklen festlegen also das heißt er patrouilliert dann die positionen an und da kann man eben die anzahl festlegen auch wie lange pausiert und dann die positionen angeben also die anzahl hier als nächstes haben wir bild einstellungen das sind eigentlich so standard einstellungen ich kann hier eben hingehen und sagen nachtsicht wie hell das ist wie dunkel ihr seht das bild er ändert sich jetzt kann ich hier noch den kontrast müsste das sein verändern dann haben wir hier die einfärbung gut das momentan ist die nachtsicht das ist schwarz weiß da ist farbe natürlich deaktiviert das ist ja logisch die nachtaufnahmen sind immer schwarz weiß und hier haben wir noch das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig das muss ich einblenden was das hier ist hue saturation das ist hue ist die farbsättigung dann können wir noch hardware verändern also hardware oder software wdr wdr ist eben dass das bild gleichmäßig beleuchtet ist wide dynamic range heißt das und jetzt kommen wir zum web server das ist dieser punkt hier denn es ist möglich einen web server also wenn ich diese software starte wird auch ein web server gestartet und auf den web server kann man zugreifen und man kann theoretisch damit auch also man kann von extern auf den web server zugreifen und kann das video bild mithilfe dessen auch in eine webseite integrieren also ich zeige euch das jetzt mal kurz ihr habt hier verschiedene modi das heißt wenn ich das hier anklicke ich will jetzt mal den flash modus aus dann geht er hin und speichert eine datei bzw mehrere dateien die seht ihr hier in einem ordner und dann kann man die dateien auf den web server kopieren das heißt dann kann er wenn ihr die ports korrekt freigegeben und weitergeleitet habt kann man so die das kamera bild auf einer webseite integrieren das ist für den ein oder anderen eine nützliche funktion durchaus praktisch zum beispiel wenn ihr solche wetter kameras habt wo man dann nachgucken kann welches wetter hat es auf dem feldberg so was kann man damit zum spiel realisieren ich minimiere das ganze jetzt mal ich habe das ganze jetzt mal minimiert bis zur software und bin jetzt mal den ordner gegangen wo er diese dateien reinlegt die seht ihr hier f in star vision das habe ich eingestellt in den einstellungen den ordner also den kann man verstellen das zeige ich später aber auch noch und jetzt gehe ich mal hier in diese flash video datei rein also man hat hier eine html datei die zwei html dateien den flash viewer und hat er eben gesagt dass man die alle hochladen muss ich zeige euch jetzt mal hier den flash video ich öffne das ganze jetzt mal ihr seht hier ein html eine html datei mit javascript und da lädt er eben hier quasi die adresse in dem fall steht meine netzwerk adresse hier das heißt wenn ihr das ganze ins internet auf euren server ladet müsste natürlich daran denken erstens die ports freigeben und weiterleiten und ihr müsst hier auch eure internet adresse eingeben beziehungsweise ich empfehle euch nehmt die insta dns denn dann aktualisiert er das immer ihr könnt natürlich auch eine dünn dns oder was etwas anderes nehmen also ja aber ihr seht schon das ist so ein bisschen ein expertischen expertenfeature ich muss aber auch sagen dass die sachen alle sehr sehr gut dokumentiert sind im insta wiki das heißt es gibt von insta hier ein wiki das seht ihr jetzt hier und da ist alles wirklich sehr sehr gut und auf deutsch dokumentiert ihr seht das hier ich scrolle jetzt mal kurz runter da sind die einzelnen punkte also kameraliste layout und so weiter wirklich sehr sehr gut dokumentiert ich gehe jetzt mal in web server rein zum beispiel da zeigt er hier die verschiedenen modis an wie das alles funktioniert und da sagt er hier eben auch da weist er auch darauf hin dass man hier in dieser datei was ich euch gerade gezeigt habe dann die ip durch die dns adresse aus die durch die dün dns adresse austauschen muss damit das im internet auch funktioniert was ich euch auch noch gesagt habe ist der lokale web server und auf den könnt ihr zugreifen wenn hier oben localhost in euren browser eingebt das ist der web server da zeigt er euch jetzt direkt hier aber auch ein paar infos es gibt nämlich verschiedene anzeigemöglichkeiten beispielsweise active x das funktioniert nur im internet explorer da braucht ihr ein active x plug in und dann funktioniert auch die steuerung hier dann gibt es win media viewer quicktime htl 5 flash viewer und simple jpeg viewer ich will jetzt mal den flash viewer aus den seht ihr hier und da sehe ich jetzt einfach das video bild und wie gesagt man kann eben wenn man möchte auch von extern auf diesen web server zugreifen wenn man die ports und so weiter richtig frei schaltet das wäre jetzt hier der simple jpeg viewer und ich kann hier auch die kanäle wechseln also das geht im flash modus auch flash und simple jpeg funktioniert jetzt hier in chrome so da seht ihr jetzt den kanal 2 dass eben so viel zu diesem web server das ist eine besonderheit und wie gesagt im wiki ist alles wirklich sehr sehr gut dokumentiert mit bildern und so weiter da ist das ist bei insta wirklich sehr gut gemacht da ihr müsst halt überlegen die insta kameras sind natürlich die haben auch einen gewissen preis aber ihr bezahlt bei einer kamera immer den support mit das heißt wenn ihr eine kamera kauft die nur 30 euro kostet dann erwartet keinen tollen support und deutsche anleitung und so weiter das ist eben bei insta andersrum insta bei insta gibt es keine kameras für 30 euro die kosten in der regel 150 160 euro aufwärts aber er haltet da auch ganz anderen support und halt eine top dokumentation das muss man halt auch irgendwo quasi gegenrechend beziehungsweise berücksichtigen bei dem preis das ist natürlich logisch ich jetzt wieder zurück in die software und das hatten wir jetzt abgeklärt was man auch machen kann ist vor diesem generieren wenn man das anklickt man kann hier waren aktivieren internetadresse holen mit dauert es kurz wo ich nichts machen kann ich kann es nichts klicken jetzt holt er sich quasi die adresse die aktuell die ich aktuell von der telekom zugewiesen bekommen habe das würde er genau die fülle 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 jetzt aus die steht jetzt hier wenn ich das jetzt anklicken dann generell die detail nochmal aber diesmal steht nicht meine netzwerkadresse da drin also nicht 192 168 1 233 sondern eben die warenadresse meine aktuelle internet ip adresse als nächstes kommen wir zur aufnahme und hier sehen wir einstellungen die öffne ich jetzt nacheinander mal allgemein haben wir hier zuerst da habe ich eben diesen aufnahme fad festgelegt wohin er eben die videos und diese dateien im speichert dann kann ich hier aktivieren automatisches löschen dass er sagt er speichert die aufnahmen für eine anzahl x tage also hätte ich jetzt 15 dann würde er quasi die aufnahmen immer löschen das macht zum beispiel sinn wenn ihr eben die aufnahmen sagen ich mal 20 tage hier aufbewahren wollt und die alten immer löschen dass die festblätter nie überfüllt wird dann haben wir als nächstes die verschiedenen kanäle und da kann ich einzelne einstellungen festlegen im aufnahmeformat und so weiter das seht ihr ja zum beispiel insta 80 15 kann ich sagen avi mp4 moff flv die ganzen aufnahme container formate quasi dann kann ich die qualität festlegen ich kann den videoencoder festlegen hier h 264 mpeg 4 oder x vid den audioencoder auf arc da kann ich jetzt hier nichts weiter verändern ich kann die video bitrate hier verändern und ich kann sagen dass eine videodatei eben 20 minuten lang ist fünf oder 120 ja jetzt wechsle ich mal auf den zweiten kanal da sieht er es auch wieder da kann ich ja auch wieder alles festlegen hier stehen jetzt in dem fall ein paar mehr zur auswahl und ja so eben kann man hier die ganzen sachen eben einstellen und dann werden die videos eben in dem format gespeichert hier unten gibt es noch was osd datum osd zeit hart osd und soft osd das ist in dem fall bei der insta kamera interessant da kann man sagen dass er das ins video einbettet also ihr seht hier oben in den ecken ja steht insta 80 15 und 20 18 und so weiter da kann man sagen dass er das ins video direkt einbettet also das wäre hart oder soft dann kann man das wenn ich das richtig verstanden habe ausblenden bei mir ist es so ich blende das immer oben ein immer fest dann weiß ich nämlich immer wann sind die videos gemacht worden habt das im video drin und ja es sei denn ihr wollt dass es mal entfernen aus irgendeinem grund dann wäre das eben hier interessant als nächstes haben wir daueraufnahme ihr könnt hier alle kanäle dauerhaft aufnehmen oder eben nur einzelne kanäle das kann man hier auswählen welche kanäle oder man macht hier alle und dann kann man eben sagen hier zeitintervalle kann man ja auch festlegen und dann nimmt er eben auf in diesen intervallen ganz einfach im prinzip eine ganz einfache konfiguration der daueraufnahme oder neben mit intervallen als dies haben wir alarm aufnahme und da ist es so ihr seht hier da kann ich sagen aktiviere aufnahme dann kann ich den ftp upload wieder aktivieren dazu kommen wir gleich noch den muss man natürlich konfigurieren den ftp und da kann ich auch wieder zeitintervalle hier festlegen da seht ihr dann kann ich alarmbereiche hier definieren und habe hier alarmsignal ich kann dann auch ein programm starten bei das weiß ich jetzt gerade nicht direkt was mir das jetzt hilft also mir fällt kein anwendungsfall ein aber wie gesagt da verweise ich wieder auf das insta wiki da könnt ihr alles nachlesen alles gut dokumentiert ja genau ich zeige euch jetzt eben hier nur was möglich ist wenn ich jetzt kanal 2 wähle das hier ist die kamera eben die nicht von insta ist da kann ich hier auch bereiche definieren kann hier eben einstellen was das hier für alarmbereiche was ich hier aufnahmezeit von bewegungen und da kann ich eben ganzen einstellungen ja auch festlegen wir müssen natürlich überlegen dieser 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 aufnahmen hier diese bereiche sind eben per bild abgleich und da kann ich jetzt eben hier bis zu vier alarmbereiche festlegen ich kann hier eben einstellen wie sensibel die sind und ja da weiß ich auch wieder auf die insta auf das insta wiki dort ist alles detailliert erklärt und dokumentiert da könnt ihr alles immer jederzeit nachlesen wenn ich das jetzt alles hier erklären würde dann würde das video zu lang werden und wie gesagt ich will ja auch nur mal die funktionalität vorstellen euch die software grob zeigen darum geht es hier eigentlich als nächstes haben wir dann fotoserie also ich kann hier fotoserien machen und kann die auf den ftp laden oder lokal speichern dann kann ich hier eben festlegen montag dienstag zeit wie auch bei den anderen wo ich bei den anderen optionen die ich euch gerade gezeigt habe und zeitintervalle kann man hier auch wieder definieren den intervall kann ich auch festlegen also wie wie oft macht er die bilder jede sekunde jede fünf sekunden und so weiter ja das sind eben hier die fotoserien jetzt kommen wir zur konfiguration von e mail und ftp das heißt wenn ihr eine e mail benachrichtigung möchtet dann müsste hier natürlich ein e mail konto eingeben ein gültiges das heißt ihr konfiguriert das ganze hier und wählt hier eben euren provider aus und dann könnt ihr noch anwählen wie viele bild anhänge wie viele bilder wollt ihr an die e mail rein hängen da geht eben bis zu neun und dann bekommt ihr eben eine e mail wie gesagt habe ich ja bereits schon insta kameras getestet mehrere und vor kurzem auch die 8015 die jetzt eben hier seht und unter anderem auch die 9008 wenn euch diese kameras interessieren schaut die videos an vor allen dingen zeige ich dort auch die webinterfaces zum beispiel von der 1815 über das webinterface kann man nämlich auch solche sachen einstellen also viele der dinge die hier gehen kann man auch über das webinterface einstellen wenn es die software eben nicht benutzt und eben zum beispiel nur eine kamera hat und möchte als nächstes kommen wir dann zum ftp also wie gesagt ihr könnt hier sachen ja auch auf einen ftp server laden das habe ich gezeigt dann müsst ihr den aber konfigurieren dann könnt ihr auch wieder pro kamera konfigurieren oder für alle kanäle dann müsst ihr eben ein ftp server hier für die alarm uploads einstellen verzeichnis und so weiter das gleiche gilt dann auch für die fotoserie also da kann man zwei verschiedene ftps quasi also auswählen ja das da lädt ihr dann die sachen eben hin als nächstes kommen wir zum system und zwar kann ich hier erstmal die sprache verstellen momentan auf deutsch dann kann ich den start modus verändern also wenn ich die software starte wie viele kanäle er mir da anzeigt dann auch normal vollbild minimiert oder im system tray also system tray das ist da recht ist quasi das rechts unten in der ecke da wo die uhr bei windows ist dann kann ich multi monitor support aktivieren oder den audio output stumm schalten und ich kann sagen zeige nächste seite alle sekunde alle 10 sekunden alle 180 sekunden das heißt ist interessant für leute die sehr viele kameras haben dann wechselt er quasi die bildansicht immer durch nach einer gewissen zeit hier habt ihr den web server port den könnt ihr verstellen das empfehle ich euch aber nur wenn ihr euch bewusst seid was dadurch eben passiert also ihr könnt dann den localhost wenn ihr da oben ich habe ja gezeigt dass man localhost eingibt dann öffnet sich der webserver wenn ihr den hier ändert auf etwas anderes als 80 dann müsst ihr das berücksichtigen dann müsst ihr nicht mehr localhost nur eingeben sondern localhost plus den port den ihr geändert habt also wenn euch in dem bereich bewegt solltet ihr das wissen wie man eben ports freischaltet was das bedeutet und so weiter muss ich aber auch wieder dazu sagen im insta wiki ist das auch wieder wirklich gut dokumentiert man kann hier webserver log in anschalten das würde ich auch machen und zwar ist es so wenn ihr die software startet jetzt neu weil ich es deaktiviert habe aber wenn ihr diesen webserver log in eben aktiviert dann fragt er nach einem passwort wenn ihr diese seite hier öffnet bei mir hat er das vorhin nicht gefragt also wenn er diese diese übersicht öffnet bei mir das vorhin nicht gefragt weil ich das passwort schon eingegeben hatte wir können hier den rtsp port auch verändern das seht ihr hier und wir können hier den rtsp server log in aktivieren dann können wir noch den software log in verändern als nächstes haben wir dann noch benutzer und hier können wir eben benutzer hinzufügen ich habe jetzt admin das bin ich da bin ich momentan mit eingeloggt ich habe alle recht ich kann es aber einen test user anmelden quasi anlegen und kann dem nur rechte auf eine kamera zum beispiel geben oder nur auf gewisse hier einstellungen die seht ihr dann hier so kann man eben benutzer anlegen jetzt gehen wir auf erweitert und das sind jetzt noch ein paar infos also lizenz dann gibt es hier ein log file und das durchsuche ich jetzt gerade mal der zeigte mir das log file an was hier eben so passiert ist dann kann ich die einstellung importieren und exportieren dann kann ich den explorer öffnen hier das aufnahmeverzeichnis wo ich eben die sachen hinspeichere beziehungsweise die videos und aufnahmen und wir können hier einen player öffnen den öffne ich jetzt gerade einmal falls es hier manchmal kurz flackert das liegt an der virtuellen maschine also in der virtuellen maschine gibt es öfter manchmal solche effekte bei videos sage ich jetzt mal die solltet ihr unter windows in der nativen umgebung eben dann nicht haben stört jetzt aber auch nicht ins so besonders aber wie gesagt das ganze läuft hier in einer virtuellen maschinen unter linux ich habe jetzt hier das aufnahmeverzeichnis und kann jetzt hier die das datum auswählen und dann kann ich auswählen welchen kanal das mache ich jetzt gerade mal dann doppelklicke ich dann habe ich die aufnahme von dem kanal ganz einfach ich kann hier aber auch wechseln ich kann jetzt hier noch den 102 anwählen und dann kann ich hier aufnahme wählen dann habe ich hier den 102 ausgewählt so könnt ihr eben hier quasi einfach die aufnahmen anschauen und ja die eben gemacht habt das ist eben so ein player aber wie gesagt auch dazu wenn ihr da genau bescheid wissen wollt oder irgendwelche fragen habt und nachlesen wollt schaut unbedingt immer ins insta wiki da habe selbst ich ein paar dinge nachgelesen und danach wusste ich dann auch was hier sache ist zu guter letzt gibt es hier noch den punkt über das seht ihr eben die version der software die lizenz 16 kanal also ich könnte bis zu 16 kameras hinzufügen dann habt ihr hier noch die e mail support e mail adresse und einen link auf das benutzerhandbuch das ist eben das wiki hier da war ich ja vorhin schon das habe ich euch gezeigt hier ist alles wirklich sehr gut dokumentiert und die software muss ich sagen gefällt mir ich werde mir in nächster zeit vielleicht noch weitere software anschauen da muss ich immer schauen weil ich hatte mir zum beispiel schon mal vorgenommen im sohn meiner zum beispiel zu testen das problem ist sohn meiner sohn meiner ist im aufsetzen so komplex das vermutlich sag ich mal 90 prozent der leute selbst wenn ich das erkläre damit probleme haben werden weil man damit weil man da eben linux können muss man muss mit der shell arbeiten man muss irgendwelche sachen installieren paket installieren und 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 das ist eigentlich sage ich mal so dann wieder ein bisschen viel die meisten leute möchten ist ja möglichst einfach haben und übersichtlich dass es einfach funktioniert das tut diese software hier die funktioniert ich kann hier insta kameras einbuchen und steuern aufnahmen machen kann ja alles in der übersicht laden ich kann sogar rtsp streams von drittherstellern hier rein laden also auch wirklich praktisch wenn man schon andere kameras hat ja zweitest eben hier die insta vision software mir persönlich gefällt die software sehr gut ich hatte bisher eben wie gesagt mehrmals sohn meiner grob angeschaut ich hatte bei den überwachungskameras die ich als teste mir auch immer die pc software angeschaut und ja da muss ich jetzt sagen dass mir die software hier von insta bisher am besten gefällt allerdings kostet die auch ein bisschen geld allerdings kostet diese software auch geld wenn ich mich recht entsinne 30 euro für die 16 kanalversion das ist jetzt nicht nicht die welt also 30 euro ist immer noch ein fairer preis also jetzt noch mal zu meinem fazit die software macht für mich auf jeden fall einen guten eindruck die übersetzung ist korrekt hier auf deutsch das ist wichtig die dokumentation ist auf deutsch die dokumentation ist ausführlich dokumentation ist gut und der support ist auch auf deutsch und glaubt mir die meisten leute von euch werden einfach support und gute dokumentation benötigen wenn ihr natürlich profis seid und englisch könnt und überhaupt keine dokumentation braucht dann ja das ist bei den wenigsten eben der fall deswegen weise ich hier auf die tolle dokumentation und eben auch die deutsche sprache hin das war jetzt auf jeden fall mein test bzw mein review mal eine grobe übersicht dieser software und in zukunft werden wahrscheinlich noch weitere reviews folgen die werde ich dann auf www.wlan-kamera.info veröffentlichen da teste ich eben auch die ganzen überwachungskameras und ja das war jetzt eben hier mein review der software der insta vision 2.0 den link zum testbericht mit weiteren infos wo ich noch sachen nachtragen kann falls mir noch etwas auffällt oder ich etwas vergessen habe findet ihr unten in der video beschreibung außerdem findet ihr auf der seite auch all meine wlan kamera tests hilfe artikel und mehr das war es auf jeden fall von mir ich hoffe der testbericht hat dir weiter geholfen und wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video